Hey everybody, I'm Jenny, Kodak's Chief Blogger, and I'm here with Madeline, who is the Social Media Manager for Europe. And we are at the Kodak booth at Photokina, and we want to show you all the cool stuff that's going to be going on this week. Hallo, ich bin Madeline, und ich bin hier mit Jenny, unserer Chief Bloggerin von Kodak, von Kodak weltweit. Und wir werden jetzt mal über den Stand laufen und zeigen, was denn Kodak auf der Photokina so vorstellt. Folgt uns einfach! Wir sind in Cologne, Deutschland. So wir werden das in Englisch und in Deutschland machen. So, hier ist der Social Media Center, die Blog-Zone, wenn Sie wollen. Wir werden ein Zeichen bekommen, weil gerade jetzt Leute uns fragen, um Direktionen und Kandys. Also, hier ist unser Social Media Tisch, und morgen bekommen wir auch ein Kodak-Zeichen, das dann ein Social Media Team sagt, weil momentan kommt noch jeder Journalist zu uns, oder auch Leute, die nach Süßigkeiten fragen. So, hier ist die K-Zone. Und das ist, wo wir live-Panels haben von Pro-Photographers, Retailer, Imaging-Experten, die darüber sprechen, was das und der größte und größte ist in Fotografie und Imaging. Und ich habe das zweit gesagt, Fotografie und Imaging, weil es so wichtig ist. Ja, hier ist unsere Kodak-K-Zone, wo wir von morgen bis zum Freitag jeden Tag vier verschiedene K-Zone-Sessions mit interessanten Sprechern aus dem Bereich Fotografie, Druck, Medien haben werden. Und morgen startet's mit mir und Jenny, mit einer Social Media Session um 10.30 Uhr. So, this is where the panels happen, and we will be streaming them live at kodak.com slash go slash Fotokina. They start at 10.30 a.m. Germany time, so that may be a little early for those of you in the U.S., but don't worry, we'll also be archiving the videos on the same website. This is one of our touch tables that give you more information about our products, and some of the new products that we're talking about this year are the Kodak Play Touch Pocket Video Camera with a full touch screen on the back. You can learn more about it. And also the M590, the digital camera, which is the world's thinnest, I think, what is it, 5x zoom? Exactly, digital camera. Und jetzt auch nochmal in Deutsch. Ja, diese spannenden kleinen Tische hier sind so ein bisschen zum Experimentieren mit unseren neuesten Produkten, wie eben der Kodak Play Touch, unsere neuesten Pocket Video Kamera mit Touchscreen. Und was man einfach machen muss, man setzt die hier drauf und schon bekommt man Zusatzinformationen, über das Produkt, kann hier durchklicken. So this is the Kodak Pipeline of Innovation. This is one of the most popular things that we have at our trade shows. And you can see it has Kodak products flowing down. And when they get here, you can grab them and throw them around, get more information. And they're also talking about the Kodak 125 years of innovation here on the pipeline. So this is our retail solutions area. It's showing off some of our Apex solutions for retail, our kiosks. We even have a Kodak Express store set up over in the corner. Ja, wir führen euch jetzt mal kurz durch den Kodak Express store. Hier sind die Kodak Kioske zum Ausdruck der Fotos. Scanner, wo man seine Bilder einscannen kann. Natürlich gibt's auch immer Fotobücher, Alben, auch eigentliche Geräte zu kaufen. I heard Madeleine mention the word photobook. And photobooks are a big part of our show this year. In fact, we have a Kodak Next Press in our booth to demonstrate the printing of photobooks from beginning to end. It is Montag, Pressetag. And the show has not yet started. But if you look around, the stage is already full. The people come over. We can only recommend it. Come over. Look at our stage. Look at a K-Zone session. Oder besucht uns online, wenn ihr nicht in Köln sein könnt. Es ist kodak.com slash go slash Fotokina. Dort findet ihr alle Informationen, den K-Zone-Schedule. Wir freuen uns auf euch. So the show hasn't even started yet and there are already a ton of people in the booth. So be sure to check back at kodak.com slash go slash Fotokina for the K-Zone-Schedule and pictures and videos of all the cool announcements happening here at Fotokina this year. Music. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017